SC der Wien! Perudo spielt die Vollzeit mit Nummer 21, Semini Elfner. Die Nummer 6, Paul Kieschkatz. Die Nummer 7, Jamal Wagenz. Die Nummer 8, Timo Doman. Die Nummer 10, Jonas Flecker. Die Nummer 11, Fabio Schneider. Die Nummer 14, Hamila Siegel. Und die 18, Matschein Gaszynski. Klasse Fans. Hertha BSC Berlin. Im Tor, Jasper Klüm. Die Nummer 3, Malte Fürst. Die Nummer 6, Hans Simon Merkel. Die Nummer 8, Malek Armes. Die Nummer 9, Nemanja. Die Nummer 9, Musiker. Nummer 10, Torben Rhein. Die Nummer 12, Bernaden. Schmidt Sinulis. Die Nummer 8,יתי Backwass. Der Nummer 8, traumatisch. Die Nummer 8, Alles grösses Lied! Ich bin der Auge so noch dabei. Auge so noch dabei? Ja. Der 10er. Ich brauche noch. Spielen. AOK Junioren Masters. Das sind die letzten Spiele jetzt. Das ist so genannte kleine Finale. Das ist nicht klein. Wenn man so weit kommt beim AOK Junioren Masters, dann ist man eine ganz große Mannschaft. Das sind beide hier. Let's hit's for 1-0. Und natürlich auch Herr Carice C. Berlin. Gesang,出來. Gesang,出來. Gesang, nummer. Gesang, nummer. Sieg nach하면 mitdevelvoll. Ist er rechts oder links beinahe? Bleibfüßig. Bleibfüßig? Ich habe gerade gedacht, dass er so hebt hier. Auch hier noch das 0 zu 0 des Stands. Schafft es noch eine Mannschaft. Wie gesagt, die Kräfte schmitten ist klar. Zwei harte Tage für die Jungs. Und das jetzt nochmal alles geben. Kleine Finale. Finale um Platz 3. Sieben Minuten noch. also, das wir jetzt sind im Kielbrems. Sieben Minuten nicht von vorne. Baut du mayoría in der Kielbrem Gianluge. Haben Sie das 3? Wiener. Wiener? Wiener? Wiener Torbato. Wiener Torbato. Wiener Torbato. Wiener Torbato. Was ist denn der Klasse? Guck mal ein Indoor! Martin! Super gehalten! Ihr habt fünf Hühner auf Kornigemann, Kamil Yassine! Oh, da ist er das Ding! Und noch passt so schön, da speisen wir das Ding rein, der heißen wir wieder vor! Die Nummer 10, Torben Rhein! Fertig, da wirst du überlegen, mit 1 zu 0 im Duo! Nicht so müssen, nicht so müssen! Den Beschlag suivi ist, schnack! Nicht so gut gen läuft! Waterfen! Dasstern kann nicht Lew Christians losreden Angst sehr überzeugen! 's fürhebel packing! Die Leute haben Vac Charlie hatte! Und macht wie vor die Tonne Anfeuerung für den PSV Nido. Und jetzt kommen sie. Wieso ist das? Ja! Du Scheiße haben was dich. Oh ja! Noch 4 Minuten. Oh ja! Sie kommen auch mal. Rudolf kommt. Und wie sie kommen! Sie kommen zu Rudolf Nido. Wir haben gleich. Hallo Stein. Jonas Becker greift aus. Der PSV Rudolf kämpft sich zurück. Und auch was soll er denn finden? Das hat schon so gemacht. Für die Übung des 3-3-1 zur Rechts. Und der Hammer! Drei Minuten vor Ende der Partie. Mark Corbin 1. 2-1. Jetzt findet die Hertha auf Kunstplatz 3. 2-1. Noch einmal Kraft und Zulie zu tun. Noch einmal versucht es der PSV Nido. Mit allen Mitteln. Schnellspieler. 10-2. 10-2. 10-2. 1-1. 10-3. 10-4. Da steht er. Sammy El ethical. Locker im ersten Pornido. von Bruno. Zwei gewinnen noch bis zum großen Finale des ALK Bruno und Masters FC Augsburg gegen Hannover 96. Oder war die Lise Jones? Da war die Lise Jones zum Ausgleich. Auch das ist natürlich jetzt die Frage der Kraft. Gibt es noch mal einen Erbrauch vom Publikum? Mario! Ihr seid so ein super faires Publikum hier bei ALK Junior Masters. Das ist klasse. Es beginnt die letzte Stimme-Minute. Oh, das kann ich. Und noch wenige Sekunden, eine halbe Minute noch. Oh! Ja? Ja? Oh!